Heute zeige ich euch, wie ihr bei den Reports diese Fußzeile und die Kopfzeile ausfüllen könnt bzw. das Logo einfügen könnt. Alles mache ich gerade mit dem neuen Report für die Subparts 2024, wo jetzt auch ein Mapping möglich ist mit euren benutzerdefinierten Einbauteilen. Und ihr könnt sonstige Vorteile nutzen, wie Filterfunktionen, alle Einbauteile, Platzhalter, Montageteile oder Einbauteile usw. Auch der Schwarz-Weiß-Button wurde integriert auf Wunsch und Nachfrage der Kunden. Ja gut, aber soviel dazu. Wir wollen uns jetzt hier um diese Sachen kümmern. Da gehen wir erstmal auf diese Leiste hier oben und schauen, dass die Menüleiste eingebettet ist. Ansonsten sieht das Ganze bei euch so aus. Wir benenden das alles ein. Gehen auf Extras, Definitionen und jetzt auf Büroname und Adresse. Und jetzt geben wir hier unseren Büronamen ein. In dem Fall Subgrade, nein, 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 Pöppel, GmbH. Büroadresse Benno Meier-Straße 3. Telefonnummer 08464. So, 4669946. Ah, 246. Was ist denn da passiert? 9946. E-Mail. Info. Und dann holen wir uns noch das Logo. In meinen Fall Bilder. Logo 999. Neu. Und da schauen wir jetzt gleich. Schwarz-Weiß. Wir wollen weißen Hintergrund dazu haben. Sinkt wir jetzt das ein. Und wenn wir jetzt auf den Report nochmal gehen, dann machen wir einen Doppelrechtsklick und jetzt wird alles korrekt ausgefüllt hier unten und auch hier oben. Der Steller geht nach Computernamen. Bei mir heißt der Megaport. Auch meinen neuen Rechner, den ihr nächstes Jahr sehen werdet. Wird da dann wahrscheinlich ein anderer Name stehen. Gut, danke fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao, ciao. Servus.